Servus und der Lob am Nord, einer der Böbschen. Ich habe euch ja schon in einigen anderen Videos erzählt, dass ich auf der offenen Szene mal verkauft habe, eine Zeit lang in München, aber nicht lange, nur kurze Zeit. Der Grund ist, der Erfolgsdruck, der da herrscht, für einen selber, der ist enorm. Du musst dir, wenn du dir eine 5 Gramm Schurde auf Kommission holst, angenommen du musst für diese 5 Gramm 600 Euro zahlen, dann streckst du die auf, erst einmal nimmst du dir ein Gramm raus, steckst das wieder auf, dass es wieder 5 sind und dann streckst du es noch ein bisschen mehr auf, dass du noch ein bisschen Geld hast. Jetzt musst du das aber verkaufen, und zwar bis zu dem Zeitpunkt, wo der andere sein Geld haben will und du die nächsten 5 Gramm kriegen würdest. Das heißt, du kannst dich nicht abschießen und dann einfach mal träumen, sondern du musst es erst verscheuern. Du nimmst also gerade einmal so wenig, dass du keinen Affen mehr hast und dann ziehst du los und verkaufst. Und sobald du den letzten Euro hast, dass du deine Kohle zusammen hast, dann kannst du erst konsumieren. Und dieser Erfolgsdruck in einer Geschäftsumgebung, wo es keine Regeln gibt, da geht es natürlich drunter und drüber. Und die Leute werden rücksichtslos, die werden hinterfotzig, die ziehen jeden ab, den sie abziehen können, wenn es immer anders geht. Spätestens am letzten Tag, wo keine Kohle mehr da ist und sie zahlen müssten, müssen sie losgehen und Leute abziehen, damit sie überhaupt erst mal einen Affen wegkriegen und dann nochmal losgehen abziehen, um die Schulden zahlen zu können. Das ist ein harter, harter, harter Tag. Das sind so eine Tagesabläufe, da kommst du ganz schnell rein, dass das so ein normaler Ablauf ist, wie morgens Zähneputzen oder, weiß ich nicht, Frühstücken, Kaffee trinken, in die Arbeit gehen. Ganz genau so ein normaler Rhythmus ist das dann, bloß, dass du halt nicht in die Arbeit gehst, sondern auf die Szene gehst. Und ich schwöre dir, wer da schon mal war, wer sich damit schon mal auseinandersetzen hat müssen, der wird unweigerlich Assolutionen zu Zombiefilmen kriegen. Wenn die Menschen dort, in diesen Zombiefilmen sind ja auch immer auf sich gestellt, es gibt keine Gesetze mehr, keine Regeln mehr, der Stärkere gewinnt etc. pp. Und so ähnlich ist es da halt auch. Am Anfang sind die Leute noch skrupellvoll und würden auch nicht bescheißen und gar nichts, aber früher oder später werden sie skrupellos und zocken alles und jeden ab. Da wird nicht mehr darüber nachgedacht, ob die Person dir gegenüber, ob du die kennst und weiß ich nicht, was du schon mal erlebt hast mit der, das ist einfach nur Geld. Da ist eine Person Geld, mehr nicht. Und es wird richtig niedere Instinkte, es wird ganz schlimm, es geht ganz, ganz, ganz böse in die Scheiße rein. Und man wird dann richtig hemmungslos und dann klaut man auch. Und man hat das alles gar nicht nötig, wenn man es aufhören würde. Es ist tatsächlich so, man möchte einfach bloß noch nicht aufhören. Die Droge ist noch so geil und das ist noch so ein schönes Gefühl. Das will man einfach noch nicht wahrhaben, dass man halt so ein richtiger Junkie ist, dass man ein richtiger Junkie ist. Ja, aber dann, wenn man dann irgendwann doch einmal auf den Trichter kommt zu entgiften, das ist dann meistens auch so eine Depri-Zeit, da kommt man richtig schlecht drauf, also richtig depressiv und kacke geht es einem und man will nichts mehr wissen von der Welt und am liebsten sterben. Und wenn man aber dann durch ist durch die drei Tage, dann ist es ja nicht, wenn man Heroin, ja, dann geht es einem wieder besser, es geht bergauf, man hat wieder Kraft, man hat Energie, man kann wieder richtig essen, das Essen bleibt drin und es wird auch wieder verarbeitet vom Körper her und man hat wieder Zukunftsvisionen. Leider ist es aber wie immer auf und ab von den Gefühlen und das ist dann halt etwas, was man nicht mehr kennt, das Auf und Ab, weil man ist ja so Eisstein gewesen, so eiskalt und es war einem ja alles egal und plötzlich ist einem nicht nah alles egal und die ganzen Probleme und dann fällt einem ein, wie immer alles beschissen hat und dann, boah, das übermannt einen dann so richtig moralisch, weißt schon, dann ist das so eine fette Welle, genauso wie die Glückswelle, das ist aber dann so eine moralische Welle und dann kann es schon passieren, dass du da die Augen rausholst, weil du erkennst, was du für ein Arschloch warst, was du alles gemacht hast, weißt du? Ja, du willst sowas nicht, dann musst du halt rechtzeitig die Hure kriegen, bevor du mal jemanden anders abziehst. Schau mal, ich habe gleich von vornherein, wo ich draufgekommen bin, den Kontakt abgebrochen zu jedem, der nicht drauf ist und zu meiner Familie erstmal, eine Zeit lang. Immer dann, wenn ich clean war, habe ich mich wieder sehen lassen, aber nur dann in die Clean-Phase. Ich wollte nicht, dass die Leute das sehen, wie ich bin, wenn ich drauf bin, wie ich da ausschaue, wie scheiße das mir geht oder wie gut es mir geht, wenn ich mal was habe und die Sprüche, was ich dann ablasse und so Zeug her und was für Spinner, dass ich dann eigentlich da bin. Das wollte ich nicht und schon, eins wollte ich auf gar keinen Fall, das Vertrauen missbrauchen. Ich wollte niemanden bestehlen, den ich kenne. Auf gar keinen Fall wollte ich meine Eltern beklauen, meine Mutter oder meine Geschwister und meine Freunde auch nicht. Das war für mich tabu. Ich weiß noch, ich habe einen Jan getroffen in der U-Bahn, Richtung Neu-Perlassmer gefahren, von München-Augbahnhof aus, in der Fraunhofer-Höhe. Musste ich wieder aussteigen, weil da mal ein Dealer gewohnt hat. Chris, falls du das siehst, gell? Peace. Alter, du hast das geilste Zeug von allen gehabt. Ja, und dann bin ich halt da, Fraunhofer wollte ich aufsteigen und der Jan am Sendlinger Tor fang da voll das Weinen an. Und frage ich, wieso? Und dann sagt er, ja, weil du schaust aus wie der Tod, Alter. Du schaust aus wie der Tod. Und da musste ich halt aufsteigen und das hat mich ganz schön mitgenommen, weil, ja, ich sah aus wie der Tod. Diese eiskalten Augen, wie man da kriegt. Ja, dieses Berechnende im Blick. Und dann dieses, ja, abgemagerte, nur noch Haut und Knochen. Das hat mir aber zum Nachdenken angeregt. Also ich habe dann schon noch ein bisschen, ich bin ja kein Stein, obwohl es Heroin ja dazu einen befähigt, einfach Gefühle abzuschalten, bin ich halt kein Stein. Ich habe auch meinen Lila damals nicht beschissen, obwohl ich die Chance gehabt hätte, ihm sein Heroin zu klauen oder was reinzustrecken, mir was rauszunehmen, habe ich es nicht gemacht und dann bin Affig zu ihm gefahren, habe es ja Zeug geholt und habe es ihm gebracht, weil er in der Arbeit war. Im Stachus hat er bei Teppich Kiebe gearbeitet und gewohnt hat er aber ganz woanders und ich musste da erst einmal hinfahren und das holen und dann zu ihm wieder bringen, damit er mir was verkaufen kann, damit ich meinen Affen wegkriege und noch was so dazukriege. Der Chris war lange, lange, lange Zeit vor mir schon drauf, hat es ein paar Mal probiert, aber auch da nicht geschafft gehabt und dann bin ich drauf gewesen und dann haben wir uns ab und zu mal zufällig drauf am Hauptbahnhof, wo wir gerade beide Therapie gemacht gehabt haben und kurz danach haben wir uns wieder drauf, machen wir uns wieder drauf fahren. Ja, aber ich hoffe, ich wünsche es mir wirklich für ihn, dass er es geschafft wird, weil er ist ein richtig netter Kerl auch gewesen. Er kann natürlich auch Arsch sein mit Sicherheit, aber er war bis zum letzten Zeitpunkt, wo ich mit ihm was zu tun hatte, zu mir total ehrlich, er hat mich nicht über das Ohr gehauen. Ich habe 300 Mark gezahlt für einen Gramm und als ich aus dem Knast wieder kam, hat es 5 Gramm 250 Mark gekostet, aber das war auch dementsprechend scheiße und aufgestrickt und alles. Am Ende war es genauso teuer wie das andere, nur hast du einen Haufen Müll mitkaufen müssen und das Blöde ist, du kannst es nicht auseinander dividieren, du hast halt den Müll und kannst es nicht rausnehmen. Es ist bei jedem so, jeder würde lieber das reinere Zeug haben und lieber mehr zahlen, als diesen verschnittenen Rotz und dann einen Haufen weiß ich nicht was mit reinballern müssen, bloß damit man weniger zahlt, man zahlt ja trotzdem genauso viel. Also das geht mir nicht den Kopf rein, gell. Ja Leute, das war es für heute. Ja Leute, das war es für heute. Untertitelung des ZDF, 2020